Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jasmin und ja, das ist mein allererstes Video. Also bitte nicht allzu ernst nehmen oder zu böse nehmen. Es geht hier auf diesem Kanal in diesem Format halt um Papageien. Offensichtlich sieht man die da hinten in der Ecke sitzen. Das ist der Chico, genau. Es wird aber nicht nur vermehrt um den Chico gehen, es wird halt auch um andere Arten von Papageien gehen. Ja, ich werde dir versuchen beizubringen, was ich weiß oder was ich noch nicht weiß und das lernen wir beide zusammen. Genau, ich hatte vorher schon mal einen Kanal hier auf YouTube, nur leider wurde er gehackt. Deswegen fange ich von Null an, auch mit einem ganz anderen Namen. Sonst wäre es ja irgendwie blöd. Jetzt könnte ich meinen alten Namen nehmen und meine alten Videos wieder hochladen. Das würde aber nichts bringen. Deswegen dachte ich mir, ich fange hier komplett anders an und ich ja. Tut mir leid, ich bin halt sehr schnell ablenkbar. Keine Ahnung warum, aber so ist das nochmal. Genau, ich werde dir so viel beibringen, wie ich weiß. Vielleicht lernst du ja noch mehr. Du kannst auch unten gerne in der Infobox reinschreiben, was du gerne wissen würdest oder was du gerne sehen würdest. Und ich versuche so gut wie ich kann, darauf einzugehen. Genau, und das war es eigentlich schon für heute. Mehr wollte ich nicht machen. Ich wollte dir nicht deine Zeit rauben. Genau. Und in diesem Sinne wünsche ich dir auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum ich so aufgeregt bin. Mann. Also auf jeden Fall wünsche ich dir in diesem... Was ist los mit mir? Schrecklich. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Feiertag. Und es tut mir leid, dass ich mich noch nicht so lange, dass ich so lange drauf gewartet habe, neue Videos zu drehen. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Liebe und alles Gute. Ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst noch mehr. Und bitte vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und ganz viel unten in die Kommentarbox reinzuschreiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Ich glaube, ich habe mich 15 Mal wiederholt. Sorry.